Wir von der ThyssenKrupp Steering sind in Lichtenstein daheim und auf den Straßen der Welt zu Hause. Unsere Längssysteme sind die Nummer eins in jedem vierten Auto weltweit. Ich bin Nicole und ich bin dritter Lehrer als Werkstofftechniker bei ThyssenKrupp Presta. Hi ich bin Sarah, ich bin im zweiten Lehrjahr und mache die Lehre als Werkstofftechnikerin bei ThyssenKrupp Presta und heute seht ihr einen kleinen Einblick was ich so bei der Arbeit mache. Der Werkstofftechniker verbringt seinen Tag im Labor. Er untersucht Werkstoffe auf ihre Eigenschaften oder Schäden. Er führt zerstörende und zerstörungsfreie Prüfungen durch. Dazu dokumentiert er all seine Ergebnisse und entscheidet so ob das Material für die Produktion geeignet ist oder nicht. Die Proben werden trennt und eingebettet. Dann werden sie mit der Schlief- und Poliermaschine geschliffen und poliert. Anschließend werden sie geäst und unter dem Mikroskop ausgewertet. Ich ermittle jetzt anhand der Zeichnung die Härte. Das Bauteil wird später im Auto verbaut, deswegen muss man wissen ob es hart oder weich ist. Je grösser der Abdruck, desto weicher das Bauteil. Die Lehre als Werkstofftechniker dauert dreieinhalb Jahre inklusive einer sechsmonatigen Spezialisierung in Wärmegehandlung. Wir haben Blockschule, somit verbringen wir jeweils zehn Wochen in einem Schülerwohnhaus in Wien. Jetzt hast du einen kleinen Einblick gesehen, was ich als Werkstofftechniker so mache. Und wenn es dir gefallen hat, bewölbe dich. Wir warten auf dich. Ich habe bei der Presta eine Lehre gefunden, die zu mir und meinem Leben passt. Werde auch du Teil unseres Teams und gib deiner Lehre den richtigen Drive.